John hat sich für Power Cloud entschieden aus mehreren Gründen. Erstmal müssen wir uns selber transformieren mit einer enorm hohen Geschwindigkeit. Was Technologie angeht, müssen wir zukunftsfähig sein. Das ist natürlich cloudbasiert von der Architektur her und das alles bringt die Power Cloud mit. Ich höre viel Begeisterung raus und das spüre ich deshalb, weil jeder vom Team redet. Für uns ist natürlich extrem wichtig, dass wir mit einem Unternehmen arbeiten, das vom Kunden her denkt. Weil wir wollen am Ende des Tages den Kunden einfach machen. Wenn man ein gutes Design hat und es für den Kunden gut macht, dann kommt auch noch eine gute Cost-to-Serve raus.